jetzt bin ich ja aus meinem eigenen lkw vertrieben worden warum machen sie denn jetzt die ach so ja sie müssen die ungeduld der männer ab ist da hat mit ungeduld nicht tun wir wollen fertig werden chefin wir wollen wir müssen fertig werden weil sie sind doch jemand rumjaulen ist da dauert zu lange und wir müssen fertig werden mit dem brückenbau ja stimmt die nehmen und das geht so nicht deswegen müssen wir die verschalungen ja nicht nur dort wir haben noch ein paar schritte zu machen wir müssen noch gießen wie bei der gartenarbeit das schönste an der gartenarbeit ist das gießen das schönste nach der gartenarbeit ist das gießen was so nach der langen falsch verstanden das so und seine mein schwanger sagt er hat so ein krug und da steht das drauf jetzt bin ich ja mal gespannt wir gucken uns das mal an das muss jetzt 100 prozent passen wir gucken uns wir gucken uns die wir gucken uns übrigens ja ich habe vom land vom stadtrat erfahren dass dem bürgermeister seine jacht auch wieder fertig ja hier abholen dann wahrscheinlich glaube ich auch und im stahlwerk und die turbine auch wieder hergestellt und diesen auftrag haben wir auch bekommen ja ich glaube ich na da gucken wir mal richtig ob das passt dass sie ein bisschen komisch aus muss ich sagen los dreht sich wohin sie möchte sind allerdings wenn ich schon mal ja machen sie recht ein fall geht nicht mehr und ich habe klappen so geht das das ist nicht gut lach ich gerade auf dem anderen holz hervorragend herr fakt perfekt so ich fahre mal bei ihnen mit ich muss ja sie fahren erst mal raus so was holz haben wir können so rechts raus müssen wir hier rechts raus fahren hier fahren wir raus und dann sofort rechts dann am ende der straße fahren war links dann sehen sie nachher die nächste wieder rechts und dann sehen sie schon unsere baustelle riechen sie mal land luft ja vor allem unser silo steht hier noch also wenn man die autofahrt ist doch wie jetzt nicht hier ernst oder glauben sie hat ich könnte ihnen sagen wenn das war die hat man der heißt lud gar hier ist unsere baustelle da steht der aufgeräumte klamotten so dann gehe ich mal in den kran ich gehe in den kran ja warum machen sie denn nicht die ladung jetzt frei weil ich in den kran können anderen mal kran jetzt erstmal der kran also ich will dann schnapp ich will ja nicht die arbeit abnehmen aber wir wollen ja auch mal fertig werden was soll das jetzt schon wieder heißen dass wir mal fertig werden wollen sie möchten ja nur heute abend schön im warmen bett absolut ja da haben sie vollkommen recht wer möchte das nicht ich habe keinen roten es wird nur spannend ich hoffe dass ich dann alles so hinlegen kann hier weil das soll ja alles in den markierten bereich hier rein und das wird ein bisschen schwierig muss ich sagen ach da ist nur noch platz meinen sie scheinlich steht auf ihrem bett ich bin der herr des hauses oder oder schaut mich an hier liegt der chef das ist glaube ich bei ihnen so ne bei mir liegt das nicht takt nummer eins wir müssen fertig werden wir müssen fertig werden das bringt alles nichts wenn wir hier weiter rumeiern nein das wird nichts dann werden wir hier nicht fertig die zuschauer langweilt das auch wenn sie so langsam sind ich meine ich könnte ihnen das jetzt zeigen wie das schneller geht habe ich gerade gesehen habe ich gerade gesehen beim habe ich gesehen was bei ihnen schnell ist ach ja aber so schlecht war das gar nicht ich habe ja nicht gesagt dass es schlecht war ich habe gesagt dass es langsam war sie können das auch quer drehen und unten hinlegen wo ich was hinlege und überlassen sie es nicht einfach mal mir jetzt wird er wieder zickig der haupt das ist gar nicht wahr gleich erzählt er uns wieder er ist in seiner minustriasen phase das wäre ganz normal zu der jahreszeit schnell weg hier nicht ganz was sie da sagen wir müssen das ja ist doch ganz schön eng das sage ich ja aber ich glaube sie können das aufs amir das ist das wirklich zählen muss schon in den bereich hier rein sonst wird das nichts er ist ja dann auch in dem bereich ja nicht ganz also das ist das wird echt eng was soll einen noch genau daneben naja das hat sich jetzt angehört wie kritik nein auf keinen fall sie sind doch der könig des krans nein es sieht nur ein bisschen was im aus aus jetzt passen sie mal auf jetzt zeige ich ihnen mal was gut dass das spiel nicht ganz so genau ist aber sie haben auch noch ein bisschen platz zum armierungseisen verschenkt also das hätte ich besser hingekriegt aha das war schon so fahr den pritschen wagen weg mal gucken wie ich ja was wir jetzt machen müssen ich bin gespannt was passiert jetzt jetzt müssen wir uns die brücken setzen wenn die dinge hier gießen ich kann ja zu ihnen kommen ja das wäre kommen sie mal hier nach die stützfüße und dies noch mal ein kommen sie mal an die stützfüße müssen ein stopp ach wir müssen dann nochmal voll machen kannst du das mal lösen bitte dann krieg ich im namen der bog ist noch wenn man warum geht das denn nicht so also mal an hier also ich schieb voran dann werden sich das runter wenn sie hier anfangen weiter runter shift und c ich glaube so voll brauchst du gar nicht machen aber komm mal ran weiter 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 alles bisschen und jetzt aber so schön dass es x war aber so voll brauchen wir gar nicht machen oder ist doch nicht egal wieder gießen und dann wieder anheben und 60 prozent gerade 70 mehr erreicht noch nicht aber warte mal wie viel haben sie macht sich prozent erreicht ja dann machen wir jetzt ist leer lappe 90 prozent dazu und reichen und vorziehen ok müssen wir wieder was gießen hier leck mich doch am arsch ja und der seebrückensegmente ne ja ich denke schon die fehlende fahrbahn sozusagen aber ich glaube da passt eine menge rein glaube ich nicht ich habe hier alles gießen soll ach hast du aber eine menge rein glaube ich nicht können sie nicht ich hau mal rein machen sie mal also sehen sie da sind unsere kanthölzer und unser amierungseisen nicht alles verschwinden nicht alles verschwinden denn doch denn und denn ja sie schmeißen alles daneben den guten stoff hören sie mal so haben wir das geld auch nicht auf den sitzen da passt aber eine menge rein ich glaube sie müssen noch mal losfahren wir müssen das komplett auffüllen komplett bis oben zum rand das sieht so aus ja sehen sie das ich fahr ja schon herr hoxton und wieviel prozent haben sie jetzt ich habe noch 87 prozent warten sie noch hm auch noch nicht also wenn wir bei 50 prozent nur einen fertig haben dann ist das ach sie verschwinden ja auch die hälfte nicht so leicht das sagt der 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 schon so viel vergossen hat wieviel prozent 89 könnte passen da gucken sie mal die liste da die sieht doch schon ganz gut aus schön im rand einmal alles rum rum guck mal wie lange 80 prozent ich glaube damit kommen wir aus ok wenn da nicht noch mehr zum gießen ist ja du kannst ja mal nachgucken ob da noch was zu gießen ist aber ich glaube nicht ne da ist nur 20 erde soll ich erde aus dem kieswerk holen ja da brauchst du aber den anderen ne den kipper ja den großen dann mach ich das mal eben ich fülle mal hier weiter ich glaube der wird mir gleich sagen kannst aufhören oder so zumindest der eine ne ach war ja doch der andere ne die mit ihren stützfüßen erhopsten ne ich muss ich dann wirklich voll machen alles glaubt das jetzt nicht nochmal muss wirklich alles voll gegossen werden mich an einer klatsche aber ich habe 75 prozent noch drin ja das hört sich gut an normal sollte das reichen sehr ergiebig ja 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 aber ist noch nicht richtig äh also das erstaunt mich jetzt so ein bisschen was ich dann auch nicht fertig bin ich war da zum rand und ich mich natürlich alles vollfüllen hören sie mal sie glauben dass die wir das nicht glauben ne ja da ach gott was ist hier los leute was haben sie denn war nicht rein zufällig sie sie kommen im auflustigen denn jetzt gehört und da wir in den letzten zügen bitte dann beim nächsten mal macht's gut bis dahin tschüss